Bhagavad Gita Vers 2.34 Die Menschen werden immer von deiner Ehrelosigkeit reden und für jemanden, der einmal geehrt worden ist, ist Schande schlimmer als der Tod. Erklärung Als Freund und auch als Philosoph fällt Shri Krishna nun sein endgültiges Urteil über die Absicht Arjunas nicht zu kämpfen. Der Herr sagt Arjuna, wenn du das Schlachtfeld verlässt, werden dich die Menschen schon vor deiner eigentlichen Flucht einen Feigling nennen. Und wenn du meinst, dass die Menschen dich ruhig beschimpfen können, du aber lieber dein Leben rettest, indem du vom Schlachtfeld fließt, so rate ich dir, lieber in der Schlacht zu sterben. Für einen ehrbaren Mann wie dich ist Schande schlimmer als der Tod. Deshalb solltest du nicht aus Angst um dein Leben fliehen, sondern lieber in der Schlacht sterben. Das wird dich vor der Schande bewahren, meine Freundschaft missbraucht zu haben und dein Ansehen in der Gesellschaft retten. Das endgültige Urteil des Herrn bedeutete für Arjuna also, in der Schlacht zu sterben und nicht sich von ihr zurückzuziehen.